hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Wangers und nein das ist keine Wiederholung es ist immer noch so ich weiß nicht warum das schon wieder so ist das ist unglaublich habe ich die normalen Granaten ausgewählt ja habe ich ich hoffe das hat sich gelohnt was ist das für ein Hammer den er da hat ist eigentlich alles verkrüppelt oder nur die arme ich nehme also ein jet ein warum habe ich eigentlich immer dabei die ist gar nicht so gut ich glaube die verkaufe ich dann doch beim nächsten nach toll Autsch Mist und Kacke einmal bitte hat kannst du das ist das mit dem typen mit dem hellen wo ich muss ja zugestimmt ich werde sterben erst einmal im display nein sie hat ihren tod befohlen und ja ich weiß nein nicht du du solltest es abbekommen und du sollst deine waffe verlieren das hat gar nichts gemacht nein warte vielleicht eher das bein wie die komme dass ich ihm die ganze zeit auf die beine schließen muss eh wird kaputt gehen wenn es so weitergeht also ist denn diese handelskaravane hin du hast gar nichts mehr in hand ähm hallo wirklich jetzt kupfer kruppelt ei 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 nein ich will den letzten na toll ich will den letzten bang berufen angesichts ihres wahrlich monströsen verhalten sind sie in der gesellschaft in verruf geraten ja cool hier mit einem kleinen lund super ha 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 ja 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 ich weiß es ist so toll dass sie sich kombinieren lassen alle ähm ähm mist wirklich ja da hinten seid ein bisschen zu spät wenn ich jetzt bin ich jetzt eigentlich mal verkrüppelt im kopf ja da noch öh waren das alle ich denke mal fast schon gucken ob die die haben noch kein neues geld aber was die vielleicht haben ist äh waren immer noch ach ja der hat ja tausend stunden da war ja was ja der superhammer weil mit sowas kämpfe ich in der regel nicht für 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 und 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 die hülsen und ja robuste karavan und jetzt kann ich jemanden nicht verkaufen das ist doch nicht mehr normal mal es ist unfassbar haben wir sonst noch irgendwas wertvolles dabei wenn ich schon gerade vorbeilaufen so ein den helm beruht sich nicht stein aus das doch doch warte mal ich mach noch den helm wenn die hier schon lang laufen wäre das weggeschmissenes geld doch ja ja wie viel geld haben wir jetzt schon 300 und hat also es ist in fordert ist einfach nicht schwer geld zu bekommen besonders in vorderen weg das weiß noch ein trick gibt aber das wäre für mich fast schon entschieden das im letzten machen ist schon extrem lang das ist ja so schon relativ langweilig ich weiß es einfach nur lustig irgendwie so bestimmte sachen da war mit dem schick nutzt zu machen aber jetzt ist ja es ist nichts los von wo schießt ihr denn jetzt schon wieder wollte mich verarschen noch mehr liegen wissen das ist ein krieg oder was ich dachte schon was schlimmer ist da sind diese weiber oder wie die heißen sich kommen nicht mehr nach nur weg nicht in dieser folge da sind weiber oder banditen oder so wo weiter hallo was ist denn das unglaublich ich versuche es mal so vielleicht ist das ein bisschen erfolgsversprechender treffe ich nicht ich dachte schon er wird kaputt wenn ich hier unterschränke ist nicht schlimm aber sobald ich dann einmal so eine mini-expression da bekomme es ist gar nicht kopf ab die hat mit einem granatwerfer uns geworfen das ist natürlich verständlicher dann äh mit mit metal rüst oder was habe ich denn für eine rüstung eine leichte metal rüstung kann ich die damit reparieren perfekt es gibt dort diese upgrades warum gibt es nicht so ein upgrade dass die rüstung einfacher leichter ist das wäre voll nützlich echt würdest du verkaufen au mann das habe ich jetzt nicht leise gestillt ach zwei leute gleich mit einem granatwerfer okay das ist natürlich schon ein argument mit mit dem sind das jetzt schon wieder hallo es ist schön ein freundliches gesicht zu sehen hätte sie ja fast für einen raider gehalten ich bin malcom malcom holmes sind sie vielleicht am handeln interessiert mir fehlen da ein paar wichtige dinge und nach verdammt ich kann einfach nicht lügen ich werde es direkt sagen ich folge ihnen jetzt schon eine ganze weile was ww 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 warum verfolgen sie mich es fing ganz harmlos an ich war wie so oft unterwegs und beobachtete wie sie einen dieser kronkorken mit blauem stern aufhoben da sie keine reaktion darauf zeigten musste ich annehmen dass sie überhaupt nicht wissen was sie da gefunden haben ich auch kronkorken gefunden würde ich sagen was ist denn so besonders an diesen kronkorken es gibt eine alte ödlandlegende der zufolge irgendwo dort draußen ein sagenhafter Schatz aus der zeit vor dem Krieg ist diese kronkorken mit dem blauen stern sollen der schlüssel zu diesem schatz sein man nennt sie die sunset sasparilla sterne wo kann ich noch mehr von diesen kronkorken finden praktisch überall am einfachsten natürlich auf ungeöffneten sunset sasparilla flaschen man könnte ja meinen dass sie inzwischen alle leer sind aber irgendwie tauchen immer wieder neue flaschen in den verkaufsautomaten auf manche sagen dass der alte festes dafür verantwortlich ist weil er hofft dass endlich jemand genug sterne sammelt um den preis zu erhalten ansonsten müssen sie eben einfach suchen kronkorken finden sich an den unmöglichsten stellen das gilt auch für die mit blauen sternen aha sie haben jemanden namens festes erwähnt wer ist das man sagt dass der schatz von einem mann namens festes bewacht werde er ist es auch der nach den stern kronkorken fragt man sagt auch dass er schon seit dem krieg einsamer wacht stehe und darauf warte dass jemand den preis entgegen nehme damit wäre er verdammt alt aber ich habe unterwegs schon leute getroffen die ihm tatsächlich begegnet sein wollen und das waren auch keine lügner sie sammeln also auch diese kronkorken nein das habe ich vor jahren aufgegeben war mir zu gefährlich und selbst wenn ich es täte würde ich es ihnen nicht verraten da draußen gibt es leute die derart verrückt auf der suche sind dass sie fremde schon auf den verdacht hin angreifen sie hätten solche kronkorken aha von was für einem schatz reden wir denn niemand weiß das geld waffen wasser es ist oder war irgendetwas wertvolles und das reicht um die leute zu motivieren aha danke für die infos aber ich werde jetzt erstmal gehen kein problem wenn sie weiter sterne sammeln dann hüten sie sich vor einem gewissen alan marx er hat schon leute wegen ihrer sterne getötet aha danke was sie wollen noch etwas reden war da nicht ich würde gerne handeln oh ja ich zeige ihnen mein angebot okay äh ja ich bin verwirrt leicht verwirrt ähm hülse ja ach neun millimeter patron auch ja äh nemal jenks ja aberst. Naja. Alan mag's. Jeder mag's ist scheiße. Auch der Alan macht ja keine Ausnahme. Okay, was ist das? Ist das ein Auge? Hier ist wieder ein Auge. Ja. Ist viel drin in so einem Auge, ne? Würde ich sagen. Jetzt frage ich mich. Waren hier nicht irgendwo... Äh... Lichino? Da sind wieder freundliche... Ah, es ist doch nicht normal. Überall sind die. Oh, oh. Zock. Ähm... Das macht kein Problem. Ist nicht schlimm. Ja, IDI. Nimm doch mal den normalen Weg, bitte. Wie ganz alle, wie jeder Roboter. Aber nein. Nein. Ranger Station, Charlie. Hier ist nix. Wenn die so weiterlaufen, dann treffen die wieder aufeinander. Warte mal. Nur so eine Idee. So eine Patrouille durch die Mojava lässt einen fast auf einen nukleären Winter hoffen. Na, ich glaube kaum, dass das klappt. Ich versuche die mal anzulocken. Vielleicht stirbt dann eine der Karawanen und... Weil, nee, der ist nicht den Aufwand wert, dass ich dann das Geld nehme und... Wir haben ja schon genügend Geld. Nee. Diesmal nicht. Weil, nee, war schon länger nicht mehr da stocken. Das muss mir ja schon zugehen. Aber jetzt, glaube ich, schon in dieser Folge nicht. Ist schon traurig, dass ich das als lange ansehen muss. Aber hier irgendwie... Ne? Weck mal unten die Radio, wo man Signale erfasst. Ich hab irgendwo gelesen, dass das an Quad-Core liegt. Und dass die Engine von Fallout New Vegas Quad-Core-Prozessoren nicht unterstützt oder nicht gut. Da wollte ich mal gucken, was man da so machen kann. Das könnte vielleicht eine gute Strohheim sein, an dem ich mich klammern könnte. Nochmal in die Briefkästen gucken. Ist ja nicht interessiert, ja niemand. So ist es verbargerikadiert. Novak. Die Stadt... aller... Begierden. Nen. An Brahmin. Wenn es nicht die Wasserkarawanen gäbe, wäre Novak schon längst nur noch Stamm. Okay. Was ist das? Ist das irgendwie so ein Restaurant? Das sind... Gangs. Und mit einem... Dinosaurier ist eine Werkstatt. Aha. Interessante Raketen oder so. Hier baut war jemand leidenschaftlich. Aber hier darf ich nix nehmen. Schade eigentlich. Oh, weil hier sind eh keine so wertvollen Sachen. Ähm. Hi. Was wirst du? Victor. Laszlo. Na, da braten wir einer einen Storch. Wenn das nicht meine gute Bekanntschaft aus Goodsprings ist. Wett. Schön hier draußen ein freundliches Gesicht zu sehen. Geht mir genauso. Kann der alte Wig was für Sie tun? Du kannst mir sagen, wer du bist. Ich könnte ein Bett und ein paar Vorräte gebrauchen. Naja. Das hier ist nicht New Vegas. Aber ich denke, Sie werden finden, was Sie suchen. Probieren Sie es vorne im Büro. Okay. Was machst du denn in Novak? Wenn ich das wüsste. Irgendwie hat es mich nach New Vegas gezogen. Denke mal, ich werde es rausfinden, wenn ich da bin. Aha. Was ist das für ein Ort hier? Novak? Netter Ort, würde ich sagen. Aber mal unter uns. Als ich hier ankam, hatte ich ein ungutes Gefühl. Passen Sie auf sich auf. Ja, ja, ja. Keine Sorge. Keine Sorge. Äh. War da nicht noch ein zweiter? Was für ein Zufall, dass wir uns hier so treffen. Da das die einzige Straße in der Gegend ist, wäre ich pass erstaunt, wenn wir uns nicht ab und an mal begegnen würden. Naja, okay. Ja, okay. Du hast gesagt, dass die Leute, die mich angegriffen haben, in diese Richtung gingen. Ja. Was war das noch? Nein, habe ich nicht so viel, ich weiß. Aber Sie könnten sich umhören. Die Leute von Novak sehen normalerweise jeden, der hier langkommt. Okay. Äh, war da nicht noch eine Höhe. Das ist ein zu großer Zufall, Roboter. Was ziehst du da ab? Mal nicht paranoid werden, Partner. Diese Kugel in ihrer Hirnschale hat ihre Brahmin wohl ein wenig verschreckt. Wir sind hier alle Freunde. Wir sind alles Freunde. Bis bald. Ich will ja nicht unfreundlich sein, ne, und so. Bis ja, quasi. So bin ich ja nicht. Was haben wir? Äh, was muss ich jetzt eigentlich tun? Äh, achso. Dino, was? Dino Leitempfangsschalter war das, glaube ich. Hallo, Jenny May Crawford. Nun, herzlich willkommen. Sie sehen müde von der Reise aus. Warum erholen Sie sich nicht etwas und lassen diese feine Stadt sich um sie kümmern? Gerne. Wer kann das noch nicht? Wie konnte ich nur? Da versuche ich einen guten Eindruck zu machen und vergesse ganz, mich vorzustellen. Ja. Ich bin Jenny May. Ich kümmere mich um die Leute im Motel, solange sie keinen Ärger machen. Okay, was ist das für ein Ort? Wir sind eine kleine Wüsten-Oase namens Novak. Dies hier ist das Dino D-Light Motel. Und es gehört mir. Aha. Welche interessanten Plätze gibt es hier? Da wäre mal Dinky, das Stadtmaskottchen. Ein toller Anblick, den Sie wohl schon bei der Anreise gesehen haben. Innen können Sie auch raufklettern. Oh. Die Straße rauf im Westen liegt Repcon. Das ist diese alte Raketenfabrik. In letzter Zeit haben sich dort düstere Gestalten angesiedelt. Vielleicht sollten Sie da besser fernbleiben. Ansonsten ist nicht viel los. Also nehmen Sie es leicht und genießen Sie die Gesellschaft. Okay. Repcon ist Pepcon übrigens in Wirklichkeit, ne? Dass ihr das wisst. Sonst noch was? Ein Stück im Norden sehen Sie einen großen Turm. Das ist Helios One. War früher mal ein Kraftwerk. Östlich von hier gibt es eine Stadt namens Nelson. Mein Lieber. Wenn die Sklavenjäger dort einfallen, war es ein ruhiger Ort. Aber unsere wunderbaren Scharfschützen halten ein Auge in diese Richtung offen, sodass die Sklavenjäger uns bislang in Ruhe gelassen haben. Bislang. Erzählen Sie mir mehr über Repcon. Ich weiß nur das, was ich gehört habe. Angeblich sollen vor einer Weile Gule dort rein sein. Von Zeit zu Zeit hört man auch Lärm aus dieser Richtung. Explosionen oder sowas. Hüten Sie sich vor Fremden. Ach, papplapapp. Äh, hallo? Hoffentlich entspricht alles Ihren Wünschen. Äh. Achso, oh. Hoffentlich entspricht alles Ihren Wünschen. Wo kann ich mich mit Vorräten eindecken? Schauen Sie mal bei Cliff Brisco im Dino-Bide-Geschenkeladen vorbei. Und sagen Sie, dass ich Sie schicke. Schätze mal, dass ihm in diesem Dino-Bauch langsam langweilig wird. Er dürfte sich über Gesellschaft freuen. Okay. Ich suche einen Mann in einem karierten Mantel. Haben Sie hier so jemanden gesehen? Naja, er mag zwar fein angezogen gewesen sein, aber wie ein echter Gentleman wirkte er nicht auf mich. Hatte seine Nase so hoch oben, dass man sie in den Wolken gar nicht mehr sehen konnte. Diese Städter glauben immer, sie hätten was Besseres verdient. Die Schläger in seiner Begleitung schienen Manny irgendwie zu kennen. Er ist tagsüber unser Scharfschütze, oben im Dinosaurier-Maul. Aha. Manny. Bei Manny war er was nachfragen, wo er in die Karne gezogen ist. Was für Garner. Toll, Oliver Karner oder was. Und was tut sich so in der Stadt so in der letzten Zeit? Mal sehen. Das Team mit Bright hat ein paar Brahmin verloren. Aber daran dürfte vor allem die Hitze schuld sein. Eigentlich ist es ziemlich ruhig. Ranger Andy ist immer noch verletzt. Aber die beiden netten Scharfschützen überwachen Tag und Nacht die Straße und halten Abschaum von Novak fern. Sie sind ein echter Segen. Mhm. Das heißt, auch hier scheint die Ehrenkarte zu sein. Das beruhigt mich. Ich will mich an einen Mann namens Benni rächen und brauche jemanden, der mich in Schuss hält. Äh, ist das eine Anspielung? Leber nicht. Eine gute Idee. Ich mache Ihnen eine Pauschale und Sie können nach Belieben bleiben. Zumindest bis die Saison beginnt. Abgemacht? Ja, die Saison in Fallout. Okay, ich gebe dafür mal 100 Kronkorken aus. Schön, dass Sie bei uns bleiben. Ja. Ihr Zimmer ist oben in Richtung der Lobby. Hier ist Ihr Schlüssel. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich Ihren Aufenthalt angenehmer gestalten kann. Ja. Jetzt wollte ich einmal... Hoffentlich entspricht alles Ihren... Ich meine, das wäre ein lustiger Dialog. Wie komme ich möglichst schnell raus aus dieser Müll, Alter? Von mir aus können Sie einfach aus dem Fenster springen, mein Herr. Sie haben kein Recht, hier reinzukommen und unsere Stadt zu kritisieren. Die Leute arbeiten hart, um Sie sauber und sicher zu halten. Wir tun, was wir können. Aber es gibt wohl immer so pingelige Typen wie Sie, denen man es einfach nicht recht machen kann. Tut mir leid. Das habe ich nicht so gemeint. Die Stadt scheint ganz nett zu sein. So ist es. Aber das weiß nicht jeder zu schätzen. Ja. Das... Ja, gut, ob das jetzt ein lustiger Dialog war, weiß ich nicht. Ich finde das nur so... Ja, du darfst nicht kritisieren. Kann ich mir die Schlüssel nehmen? Wahrscheinlich. Dachte ich gerade so. Naja. Hallo. Hallo. Ich nehme ja noch ein paar Sachen, ne. Ihr Kaffee für jeden. Wette. Oh. Sie haben einen neuen Briefkasten erdeckt. Ja. Und... Ich mache gleich einen neuen Part. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.